Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie höflichst den Fall ruhen zu lassen. Sie ist ein Kind, Gareth. Der Grund, warum ihr Cherry nicht findet. Der Grund, warum sie keinen Nachnamen oder eine Sozialversicherungsnummer hat. Sie ist kein menschliches Wesen. Hey, was gibt's? Ich bin Cherry. Sie ist eine der komplexesten und unabhängigsten KIs, die jemals erschaffen wurde. Was ich will, ist Kinder zu beschützen. Wir reden hier über einen monumentalen Übergang vom digitalen zum physischen. Die menschliche Natur ist nichts, was ich anstrebe. Willst du uns jetzt die Wahrheit sagen? Cherry ist nicht menschlich. Keine Geheimnisse mehr. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich kein Mensch mehr bin. Hallo nochmal. Hallo Cherry. Die Sendung wurde vom NDR live.